So, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Memoria. Ja, wir haben hier das letzte Mal diesen Stab hier erweckt, sag ich mal. Mit unserem Blut und Rauch und so weiter. Die, das Rauch, äh, na, wie auch immer. Der Magier liegt hier immer noch drunter. Mal gucken, ob wir mit dem irgendwas machen können inzwischen. Die Glieder des Wächters haben ihn elendig erdrückt. Ich glaube, er ist wirklich tot. Er ist unter dem Wächter begraben. Mit Magie bekäme ich ihn vielleicht frei. Aber nicht mit wahren Händen. Er hat den Magier und die Maske unter sich begraben. Ach, darum will sie an ihn ran, weil er die Maske noch dabei hat. So ein... Die ist echt mies. Oder? Ich mein... Nein, er ist zu schwer. Von Hand bekomme ich seine Leiche nicht frei. Mies. An der Säule hängt ein Ring. Offenbar ließ sie sich einst verschieben. Sie ist viel zu schwer. Ja, dachte ich mir schon, dass da nicht viel passieren wird. Kette. Und nun? Wohin damit? Naja, also... Das würde klappen. Aber... Wenn die Kugel den Stab nicht mit in den Abgrund reißen würde. Über die Ringhalterung. Dann bleibt der Stab nämlich folglich hängen. Und... Weg damit. Und... Hau... Rück. Also, der Stab hätte auch locker durchbrechen können. Vor allem muss er jetzt die Hugel wieder anheben. Was auch immer total einfach ist. Sieht lustig aus. So, ich habe dich befreit. Was nun? Nun habe ich endlich Beine und bin nicht mehr allein. Ich meine, wie kommen wir hier raus? Gar nicht. Diese Mauern sind unentrennbar. Aber du sagtest... Ach, Charizard. Wir befinden uns hier im dunkelsten Loch, das die Welt nie kannte. Hier bedeutet doch nichts. Gar nichts. Schon gar nicht ein Versprechen von einem Stück Holz an eine Totgeweihte. Aber lasst uns dennoch Freunde sein. Wir können mit dem Licht spielen oder die Wächter wecken oder... Wenn du es nicht machst, ich werde mich an unsere Abmachung halten. Ich werde einen Weg hinaus finden. Und wenn du mir dabei hilfst, werde ich dich mitnehmen. Charizard? Und hör auf, mich Schmetterling zu nennen. Ich bin kein Schmetterling. Und wir sind auch keine Freunde. Von nun an tust du, was ich dir sage. Und wenn nicht? Werfe ich dich in ein noch tieferes Loch, wo dich wirklich niemand mehr finden wird. Wie ihr befiehlt, Herrin. Ihr seid zu gütig, Herrin. Oh. Ich stehe stets zu euren Diensten, Herrin. Ach cool. Können wir jetzt vielleicht... Wollt ihr ihn wecken? So richtet mein Zauber auf ihn. Ich möchte eigentlich lieber dem Magier irgendwie mal helfen. Geht das nicht? Verzeiht, aber Totenerweckung übersteigt sogar meine Fähigkeiten. Okay, jetzt haben wir es schriftlich. Der Magier ist tot. Aktivieren, deaktivieren. Wächter. Bewegt dich. Reicht schon. Muss ich ihn wieder deaktivieren, oder... Nö, schon mal nicht. Unterhaltsam, nicht wahr? Ich habe schon Besseres gesehen. Oh, wie ich euch beneide. Oh, Mann. Sind alle Feuerschalen hier magisch? Ja. Ein Wink von mir und sie gehen an, aus, an, aus. Subjekte meiner grenzenlosen Langeweile und Willkür. Kann er auch einzelne deaktivieren, oder gehen jetzt alle aus, wenn ich das mache? Es werde ewige Nacht. Tch. Ewige Nacht. Du kannst sie doch jederzeit wieder anschnitten. Herrin, ich weiß, ich bin kein Poet. Aber bitte lasst mir meine Poesie. Der ist irgendwie lustig. Kann ich den Wächter jetzt immer noch aktivieren? Tatsache. Gut, ich merke schon, was der Stab hatte recht, also... Es werde Licht. Eine Weile kann man sich damit beschäftigen, aber irgendwann ist es langweilig. Eine schuldige Warnkammer. Nur für euch. Das werden wir noch sehen. Mensch. Ah, der Dolch. Ein Fluch muss auf diesem Dolch lasten. Stimmt, dem ersten Besitzer haben wir es auch schon abgenommen, nachdem er gestorben ist. Er hält noch immer die Maske. Ich wollte den Dolch. Trauens Dolch. Ah. Der lebt ja doch. Ihr lebt noch? Nehmt die Maske. Bringt sie fort. Hatte ich eh schon vor. Jetzt stirbt endlich. Sammelt eure Kräfte. Herrin, seht ihr nicht? Er ist so gut wie tot. Hast du kein Mitleid? Habt ihr? Hat mich auch schon gewundert. Wohin muss ich die Maske bringen? Nach Dragonia. Zum Prinzen. Zum Prinzen? Äh. Welcher Prinz? Galveet? Seid ihr noch da? Hm. Er war blutend am Boden und ihr löchert ihn mit Fragen? Ihr hattet wirklich kein Mitleid, nicht wahr? Doch. Aber es hätte zu nichts geführt. Es hätte euch menschlicher gemacht. Sagt ein sprechender Stab. Ich mag diese Dialoge zwischen den beiden irgendwie, muss ich sagen. Also es ist nett gemacht. Tja, jetzt ist er wohl wirklich tot. Die Glieder des Wächters haben ihn elend. Ja, das müssen wir uns jetzt nicht nochmal anhören. Können wir die Maske nicht aufsetzen? Auf ihrer Innenseite sind Schriftzeichen. Was muss ich tun, um ihre Macht zu wecken? Geht tief in euch. Was ist das Grausamste, was euch je angetan wurde? Man hat mich verraten und gedemütigt. Erinnert ihr euch an das Gesicht desjenigen, der euch das antat? Ja. Schaut ihm tief in die Augen und Schazam. Wo auch immer er ist, er hat nun Schluck auf. Ich bin deine Spielchen-Sache. Es war doch nur Spaß. Sagte ich nicht schon, dass ich nicht weiß, was die Maske macht? Ich habe eine vage Erinnerung, aber mehr auch nicht. Ich werde es schon noch herausfinden. Also, sobald ihr so eine Maske mal findet, genau so setzt ihr sie ein. Stab auf Maske. Erinnerst du dich inzwischen an ihrer Macht? Moment, da ist etwas. Nein, nein, ich fürchte, ich habe alles vergessen. Wir könnten doch einfach aktivieren auf die Maske machen. Ich habe es schon oft versucht, doch bei der Maske endet meine Macht. Lieber nicht. Vielleicht, man konnte die Säule bewegen, also warum nicht so? Das geht nur bei magischen Artefakten. Na gut. Lieber nicht. Hä? Du sollst doch nur durchgucken. Komisch. So, und Licht. Mache Licht. Richtet meinen Zauber auf eine magische Feuerquelle. Und euer Wunsch ist mir Befehl. Ich sehe keine. Das liegt daran, dass es hier keine gibt. Verdammt. Dunkelheit, Dunkelheit. Ja, also wirklich viel machen. Können wir hier offenbar nicht. Das wäre grausam. Die Maske mit der Dunkelheit zu benutzen? Warum? Ein klebriger Dolch. Die Kugel ist schwer, aber das ging noch. Dann zieh doch noch zusätzlich dran. Sie ist bereits im Loch. Dann hol sie wieder raus und schlag den Magier damit. Mir fehlt die Vision. Tja, also... Da kann ich doch jetzt auch nichts für, oder? Das ist kein gutes Opfer. Kette? Hm. Das ist wohl nicht magisch genug. Hm. Können wir nicht mit der Silberschale und dem Loch irgendwie was... Mir fehlt die Vision. Mir nicht. Haken. Wo komischerweise jetzt überhaupt kein Blut mehr dran ist. Hat sie wohl sehr gründlich abgewischt. War ein bisschen höflicher, bitte. Erst riss ich mir die Hand auf. Dann weckte ich einen Dämon. Von nun an halte ich mich von dieser Schale fern. Ach. Alle teils so wild. Äh. Das wird niemals gehen. Hm. Wir könnten auch irgendwas schwereres auf die Kette oben drauf schmeißen. Zum Beispiel... Besser nicht. Schade. Ich sehe keinen Zusammenhang. Ich auch nicht, deswegen probiere ich gerade mal wieder wild rum. Wir könnten ihn versorgen mit Alkohol. Ihnen kommt jede Hilfe zu spät. Wir könnten uns versorgen mit Alkohol. Den Stab. Danke, Herrin. Aber ich bin schon hebelig genug. Könnte er das trinken? Das wäre lustig. Stechen wir ihn ab. Lieber nicht. Nein. Hm. Wir haben einen klebrigen Dolch. Aber was wollen wir denn über festkleben? Eigentlich nix. Bis ich nicht weiß, was sie macht, behalte ich sie in der Tasche. Hm. Harun hatte die Augen meines Vaters. Jetzt weiß ich auch, woher. Ach so. Ja. Hä? Wo kam eigentlich der Lichtstra... Aha. Irgendwo war hier doch ein Lichtspalt. Hm? 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 Ich kann den Spalt nicht mehr finden. Also machen wir es dunkel und dann stecken wir den Rubin in den Spalt, damit wir ihn wieder finden. Wäre doch eigentlich logisch. Es... Ich... Ja. Hier ist nicht... Ja, 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 ja. Besser nicht. Uh, dann eben verbannt. Nein. Ich sehe keins... Mit den Händen... Irgendwas müssen wir doch einfach nur reinstechen, dann... Wäre unser Problem gelöst. Ich brauche etwas Spitzeres, um die Öffnung... Zum Beispiel ein Dolch? Oh. Ach, guck mal. Tja, ich wüsste doch, was wir damit machen können. Wach auf. Bei ihm funktioniert der Zauber nicht. Er war der einzige Steinriese in den Hallen mit einem eigenen Willen. Mit ihm konntest du deine Spielchen also nicht treiben. Oh, das habe ich nicht gesagt. Dann nehmen wir eben den. Wecke ihn. Was soll er tun, Herren? Die zweite Wahl einfach. Äh, tja, was soll er denn tun? Kann er hier die brüchige Wand ein bisschen mehr aufhauen? Die da zum Beispiel? Ja, das ist echt... Kann er sich ein bisschen mehr Mühe geben? Dann reize den da. Habt ihr ihn nicht schon genug gequält? Er ist doch nur ein Monstrum. Wir schaffen, um blindlings zu kämpfen und zu töten. Ja, armer Abu. Abu. Boden. Oh. Das hatte ich nicht erwartet. Feuerschale. Kaputt machen. Und jetzt müssen wir die irgendwie nach links werfen oder so. Aha, Säulengang. Müsste die nicht kaputt gehen oder so? Nein. Mann, oh. Ich hoffe, viel mehr können wir mit dem jetzt auch nicht anstellen. Moment, da war noch was mit Felsen. Na egal. Wird schon nicht wichtig sein. Oh, ist das dunkel hier. Eben mal kurz wieder. Ja. Ganz faszinierend. Licht. Es werde Licht. Eine herrschaftliche Grabkammer. Das werden... Das kennen wir schon. Hier ist wahrscheinlich das gleiche nochmal in grün. Ja. Gut, aber jetzt haben wir eigentlich das Rätsel schon fast gelöst, würde ich fast sagen. Fast. Weil jetzt können wir doch zumindest... Aha. Der Wächter hat ihn zertreten. Bis auf eines sind alle beinahe ab. Och je, das wird ja lustig. Ihn hat es auch erwischt. Ich hoffe, wenigstens Rachwan konnte fliehen. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät. Mal wieder. Es sieht aus wie... Ist das schwarzer Schleim in den Wänden? Oder Blut? Selbst nach tausend Jahren neugierigen Beobachtens konnte ich das nicht herausfinden. Aber ich habe es liebevoll Fleckmark getauft. Die Wände sind voll davon. War Fleck... Äh... So geschrieben nicht irgendwas wie irgendwas mit Schleim? Hm. Naja, wie auch immer. Ein fein gearbeiteter... Das kennen wir schon. Ich komme nicht dran. Naja, wozu auch? Es ist eines der Schlüsselteile, aber es liegt so weit weg. Die liegen doch alle zu weit weg. Ich komme nicht dran. Nur mit einem Schlüsselteil kommen wir doch eh nicht weit. Egal, rum. Es ist trotzdem... Schon interessant gemacht, muss man sagen. Ich fürchte, das Bein liegt für ihn genau außer Reichweite. Er nimmt halt seinen Arm noch zur Hilfe. So, und jetzt... Ich komme immer noch nicht heran. Ach Gott, ey. Der Stab hat genau die richtige Länge. Ich nehme das als Kompliment. Aber in seiner jetzigen Form ist er als Kescher völlig ungeeignet. Der Ärmste. Ich weiß nicht einmal, wo ich ansetzen sollte. Mach Kleber dran. Das führt doch zu nichts. Das führt doch zu nichts. Erinnerst du dich inzwischen an ihrer Macht? Moment, nein. Besser nicht. Ach, Menno. Tja, jetzt haben wir zwar dieses Ding, aber wir kommen irgendwie nicht ran. Was macht ihr da? Ich kann nichts erkennen. Ich wickel Verband zwischen deine Hörner. Warum? Das wirst du schon noch sehen. Der Ärmste. Irgendwie mag ich den. Auch wenn er ein Dämon sein könnte. Das wissen wir nicht mal. Ah, was soll uns das helfen? Uns fehlen noch so viele Beine. Geschafft. Muss ich euch darauf hinweisen, wie demütigend das war? Nein, das war mir schon bewusst. Ha, klar. Äh, vollschmieren. Es klebt nun. Und dran. Es ist zu eng, um ihn durchzuklettern. Ein weiteres Loch hat sich geöffnet. Ha, hilft uns das denn? Wir könnten die Kette jetzt da rausrollen, vielleicht. Dann kann der Wächter dran ziehen. Boah, Alter, wie schnell ich drauf gekommen bin. Heftig. Okay, er kommt ja, glaube ich, nicht so ganz dran. Es ist zu eng, um ihn durchzuklettern. Wir könnten mit dem Stab nochmal nachschieben. Das führt doch zu nichts. Ach, Mann. Äh. Ein starker Ruck und die Tür ist Geschichte. Ach, die Tür? Das wäre ja zu langweilig. Mit dem Stab würde ich sie weiter in den Raum bekommen. Aber noch immer nicht weit genug. Ja, vielleicht war ich genug für den Wächter. Wächter. Hä? Oh, okay, dann macht sie nichts. Äh. Da würde er doch als Recht nicht dran kommen. Der Wächter könnte mit der Kette die Tür einreißen. Aber noch liegt sie zu weit weg. Tja, wie kriegen wir ihn weiter weg, als nur mit dem Stab? Das ist mir gerade wirklich ein bisschen rätseln. Mal wieder. Schon wieder, besser gesagt. Na gut, ich würde sagen, das lösen wir beim nächsten Mal. Und wir sind es beim nächsten Mal wieder hier wieder. Bis dahin. Tschüss. Und wenn ihr Ideen habt, natürlich gerne in die Kommentare. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.